Leute, kennt ihr den kleinen süßen A-Buck? Ich bin in einer Community von dem. Ich spiele auch gerne Roblox. Ich habe auch ganz viele Roblox. Wo ist hier Youtube? Hier Youtube. Hier ist dann Youtube. Hier. Hier. Und dann A-Buck. Schreibe ich da so zu A-Buck. 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 Hier sind meine Videos. Und soll ich auch solche Videos wieder machen? Hier ist ein Knall. Falls ihr ihn kennt, schreibt in die Kommentare, ja? Bitte, das ist mein erstes Video, ja? Ok, tschüss. Oh, warte, warte, warte. Ich habe leider auf diesem Handy hier. Das ist ja nicht mein Handy. Aber das ist meine Mutter hier Handy. Aber ich habe hier noch kein Roblox. Deswegen tut mir leid. Aber ich habe Tiktok. Ich mache auch gerne Tiktok. Ich mache auch gerne Tiktok. Ich zeige euch mal meinen Tiktok-Accounts. Hier, nein. Und dann schreibt man hier. Zucker, Bro. Zucker. Zucker, Bro. Zucker, Bro. Zucker, Bro. Zucker, Bro. Das ist ja nicht dein Handy. Aber hier... Nein... Der ist jetzt mal mein Account. Ich mache gerade nicht so viel Videos, aber... Ich mache gerade nicht so viel Videos, aber... Ok, ok, ich zeige euch mal ein richtiges Account. Aber bitte nicht Lachen, ja? Genau. Hallo Ja, das ist meine Kalt. Boom. Ich hab jetzt nicht so viel mehr. Das ist meine Kalt. Ich bin reingekommen, hab ich die Schuhe und die Hose da geschnitten. Ja. Dankeschön. Tschüss.